Und da sind wir, am Ende von Indonesien. Die Zeit ist so krass schnell vergangen und jetzt im Abschluss nochmal mit Sabang war es auf jeden Fall ein mega Abenteuer, also war auf jeden Fall mein Favorit hier in Indonesien. Die Insel, wo ich jetzt am Ende war, war richtig geil. Ich habe jetzt meine Sachen gepackt, das hier noch. Provisorisches Frühstück ist hier liegen, weil es gibt ja nichts irgendwo wegen Ramadan, deswegen muss ich mir jetzt dann halt irgendwie was auf die Stelle besorgen und dann werde ich mir gleich so ein Go-Jek bestellen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich will mir so ein Moped bestellen, dass ich mich mit dem Moped zum Flughafen fahren lasse. Das ist auch nochmal ein ganz cooler Abschluss. Dann geht es zum Flughafen und dann fliege ich nach Singapur. Also erstmal fliege ich wieder zurück nach Penang, nach Malaysia, muss wieder einreisen und so. Aber alles zu seiner Zeit. Das ist erstmal der Plan, kurz das Essen und dann wieder ab auf den Roller. Würde ich jetzt gerne sagen, wie die letzten Tage, aber jetzt nochmal einmal hinten auf den Roller und dann ist es die endgültig letzte Rollerfahrt hier. Ich bin erstmal angekommen am Flughafen. Ich bin mega lustig, weil der Scooter vorher kann nicht reinfahren. Weil es ja Gebühren gibt. Und dann hat er einfach einen Autofahrer angehalten und gefragt, ob er mich mitnehmen soll. Und hat mich dann halt noch die fünf Meter da reingefahren durch die Schranke und bis zum Terminal. Also wirklich, das war jetzt nochmal ein richtig cooler Abschluss, weil die Leute sind halt so hilfsbereit und so nett hier. Freut mich richtig. Jetzt geht es rein zum Check-In. Und dann ist Geschichte. Indonesia ist Geschichte. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, wieder in den Penang. Schneck-Time. Kommen wir die Katastrophe noch an den Ort. Schon wieder fast einen Monat her. Zweiter Flug. Let's go. Die Passkontrolle war auf jeden Fall sehr interessant. Als Deutscher mit dem deutschen Pass konnte man durch eine automatische Passkontrolle, drei Minuten und ich war durch, nirgendwo anstehen oder so, also top Flughafen. ün Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt bei einer Unterkunft angekommen und habe direkt erst mal jemanden kennengelernt, mit dem ich jetzt in so ein vietnamesisches Restaurant hier gegangen bin. Der hat mich jetzt dazu überredet, das erste Mal im Leben Auster zu essen. Ich bin gespannt. Ja, 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 die ganze Sache in einem Moment. Oh, ja, ja, ja. Okay. 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 Yeah. Okay. Okay. You can have some chili as well. It will be better with this. It will be better with the chili. Okay. Yeah, this is the raw oyster. You kind of like it or just normal? Can't accept, but... I mean, I'm not used to it. No, you're not used to it. Yeah, yeah, yeah. Actually, it's alright. This will be better. So, jetzt haben wir für mein Essen bezahlt. Offen ist korrekt. Und ich werde jetzt zum Hotel gehen. Und dann geht's morgen weiter mit dem nächsten Video. Bis morgen. Reingehauen.